Hallo und Willkommen zurück. Werfe Tray Blossom, normal Schwierigkeit, Mr. B, Stage 5. Yay, num 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 num, gebt mir eure Items, ich bin grad. Es dauert mir zu lange, bis ihr spawnt, spawnt noch schneller, ihr lahmen Krücken. So, und jetzt bleib ich mal hier ein bisschen auf der Seite und dann ist das auch gar kein Problem. Äh, das ist nicht gut, ich konnte den Gegner killen grad überhaupt nicht, hinterher. Aber, nope, nicht so wirklich, ne, naja, uh, Supernatural Border, ne. Und noch mehr Items, schon 780. Oh. Jo. 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 Lass das. Bitte mal sein, na. Er pisst dich nicht einfach. Er gefällig ist da, wo ich dich treffen kann. Du. Du Sau, du. Ah, die Sparkart hab ich nie gekonnt. Aber naja. Hier kann man schön ein bisschen grazen. Boah. Das ist nicht nett. Aber das Leben krieg ich ja gleich wieder. So. Die erste Welle mal so ein bisschen misdirecten. Aua. Oder auch nicht. Egal, 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 egal. Noch ist alles gut. Ne. 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 Na komm. Danke. Och, jetzt hab ich hierfür nicht volle Power. Geh doch sterben. Geh doch sterben. Habe ich gesagt. Danke, dass du mal auf mich hörst. Du. 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 Äh. Minun-Spell ist auch kein großer Spaß für mich. Ah. Nein, definitiv nicht. Nein, 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 nein. Danke, dass du drauf gehst. Und danke für die Border. Ach ja. Ach, die Speck hat es so doof, wenn es mit Sakuya B spielt. Einfach, weil man sie so schlecht trifft. Weil sie immer in die Ecken geht. Und da kann man sie schlecht treffen. So, erstmal ein extra Leben. Ach ja. Du, du. Juhu, Juhu, Juhu. Ach du Sau. Du. Du gehst in die falsche Richtung. Du. Olle. Nein. Äh. Nein, 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 nein. Das ist die Hölle. Und ich dachte, ich würde getroffen werden. Jo. Aber ich war eigentlich sicher. Ja. Und das war's. Juhu erledigt. Zumindest vorerst. Die kommt ja gleich wieder. Ach ja. Ich habe ja keine Bombe. Und das ist extrem schlecht. Mach nur mal so nebenbei. Ja doch, das ist wirklich schlecht. Keine Bombe zu haben. Wow. Und jetzt habe ich wieder Bomben. Ne. Ich weiß nicht. Irgendwie wusste ich, dass ich diesen Part nicht überleben würde. Obwohl der eigentlich nicht schwer ist. Ach komm schon. Lass doch den Müll. Troujo. Du bewegst dich zu viel. Lass den Scheiß. Und die Spyker bombe ich sowieso immer. Jui. Nützliche Border. So. Ja. Und Juyuko. Mal schauen, wie der Kampf verlaufen wird. Hepp. Ich mag die erste Non-Spell überhaupt nicht. Na so. Und oh ja. Die Spellcard ist auch ein riesen Scheiß. Ehrlich gesagt. Na ja. Genau deswegen. Na komm. Geh drauf. Nein. Risser bewegt dich. Du dumme Sau. Na super. Jetzt habe ich nicht voll Power. Ist natürlich ganz toll. Na da da. Und das ist Streaming. relativ langweilig. Eigentlich. So. Na komm. Gib auf. Meine Güte. Geh drauf. So. Geh drauf. Und Nonstell. Ne. Eigentlich nicht besonders schwer. Normalerweise. So. Genau. Genau sag ich doch. Genau. Du kommst erstmal hier hin. Das war wohl nicht so gut. So. Ah. Der Kampf gegen Yoko ist immer noch. Ich mag den Kampf nicht. Ganz ehrlich. Ich mag den Kampf nicht. Yoko du bist jetzt unbedingt der tollste Stage 6 Boss. Ne. Da mag ich Remilia oder Kaguya. Oder Kanako. Wesentlich lieber. Von den Kämpfen her. Du. Du. Oh yeah. Der Scheiß. Warum auch immer sie in das Speck hat ihren Fächer nicht draußen hat. Weil gerade hier könnte man den mal gebrauchen. Aber wozu denn. Wäre ja nur nett. Und freundlich. Oh. Ich bin glaub ich tot. Ja. Mehr oder weniger. 976 von 1000. Und das kann ich eigentlich gleich instant wegwumpen. Das schaff ich sowieso nicht. Ich hab aber auch keine Ahnung wie das überhaupt gehen soll. Dieses Becker ist doch unmöglich. So. Nicht wirklich. So. Aber. Also. Für mich ist hier unmöglich. Ach ja. Der letzte Kampf läuft wie immer absolut grauenvoll. Aber. Ganz ehrlich. Der Kampf ist auch relativ. Der Kampf ist blöd. Ich mag ihn nicht. für mich. Ich hab auch nichts. Fächer nicht. Ich hab nicht. Ach so. Ich hab doch. Ich hab auch nicht. Hecher nicht. Das war ein bisschen. Eine Survival Card direkt am Ende ist ein bisschen doof und unfair, aber hey, also nicht unfair, aber es ist ziemlich bösartig. Naja. So, nochmal extra live. Naja. Durch. Ah, die Spell Card ist so doof. Ich hasse Resurrection, Butterfly. Wohooo. Und Ende. Und Ende im Gelände. So. Tschüss, Yoko. Ja, ne. So. Damit hätten wir Marissa dann auch komplett abgehakt. Glücklicherweise. Ne. 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 Ein guter Schuss Typ. Für mich. Nein, kein Replay. Gut, dann haben wir hier noch. Sakuya B. Das ist ganz okay. Und im absoluten Albtraum. Reimua. Reimua. Ah. Das wird ein Albtraum. Äh, naja. Das muss ich ja zum Glück nicht jetzt machen. Insofern sage ich nochmal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.